Glück auf! Ich bin der Ramzi Fajani, ich bin 20 Jahre alt und ich bin zu Hause in der Innenverteidigung. Ich komme gebürtig aus Rheinland-Pfalz, habe dann in Kaiserslautern und in Dortmund meine Jugendzeit verbracht und jetzt bin ich hier in Aue gelandet. Du kommst von welchem Verein? Von dem FC Nitra. Davor habe ich bei Borussia Dortmund und Kaiserslautern gespielt. Mit Sophie habe ich zusammen in der U-Nationalmannschaft gespielt, in der U18 für Deutschland. Von daher kennen wir uns schon ein bisschen. Vielen Dank. Gerne.